Hallo meine Freunde, willkommen in ein neues Video. Alter, bin ich tot, 1,5 Stunden geschlafen. Leute, ja, wir haben ja gesagt, wir sind bei der Wheel of Albania Party in Stuttgart am Start. Und da fahren wir jetzt hin. Es ist gerade 5 Uhr morgens oder so. Und wir dachten, wir nehmen euch mal wieder mit. Wir haben seit 6 Monaten oder so keinen Vlog mehr gemacht. Und Sachen sind gepackt. Und viel Spaß mit dem Vlog. Es ist einfach viel zu früh. 5 Uhr morgens. Hilfe. Dieser kleine Kines ist jetzt das große Kines. Scheiß in Dreck. Nur eine Stunde zu spät. Eine Stunde. Dieser Verkäufer. Let's go. So Leute, wir sind jetzt in Stuttgart angekommen. Also jetzt schon länger. Wir haben fast den ganzen Tag nur geschlafen. Aber es geht ja sowieso nur um die Veranstaltung. Danke nochmal an Wheel of Albania, dass wir dabei sein dürfen. Ich bin noch nicht ready, aber die Industrie werden fertig sind. Und ich hoffe, ihr kriegt richtig Kosovo-Feeling, Hochzeits-Feeling, wenn wir da sind. Halt, der Kalle. Jungs, halt doch mal die Fresse, Alter. Halt deine Fresse. 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 Das wir tun auch noch zu geben! Fangen wir gut. Wir sind hier mit dem größten albanischen DJ-Motherfucker, Willow Avalia, Q6, mit dabei Karl Benzarina Stuttgart. Heute wird abgerissen, abgerissen. Hey, ich will euch nur eins sagen. So, Leute, wir sind auch mit einem der legendärsten albanischen Sänger hier, mit Konktore, MyLegendor und Kekosso. Und er kommt mit dem Funpack, wir sind mit ihm verwandt. Wir sind mit dem Funpack, wir sind mit ihm verwandt. Wir sind mit dem Funpack, wir sind mit dem Funpack, wir sind mit dem Funpack. Und er kommt mit dem Funpack. Und er kommt mit dem Funpack. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Ich bin schon wieder auf dem Weg. Musik 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 Danke, ich hoffe es, ich hoffe es auf jeden Fall, ey, checkt meine Jungs ab, weil ich liebe euch, ey, ich versuche es. So Leute, wir sind hier mit Einheim, der legendärsten albanischen Sänger hier, mit NSP Tücher, kommt auch Legendaur, vor allem, Dere, Tchum. Küsängs TV, in Abarth, Stuttgart, er kann man Koldnähen, vor allem, Dere, schon Dieter, Pabarsis, Kosovo. Vor allem, Dere, schon Dita, Pabarsis, kann man fest, du, Dere, schon Backstage, der Kiem, den Tromler, weltbesten Tromler aus Kosovo. Rikishow! Mein Volk und Krekelsohn. Endlich zu Hause, Leute. Lange Fahrt hinter uns und ja, wir wollen uns einfach nochmal bedanken bei We Love Albania für die Einladung und so weiter und die Party war echt krass, echt empfehlenswert für jeden, der in Stuttgart in der Nähe irgendwo wohnt. Ich meine, wir waren echt auf vielen Partys unterwegs, aber auf so einer Party waren wir noch nie echt Props an euch. Macht weiter so und vielen Dank nochmal für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.